sie macht ja man auch genau hier ich kommt aus jenen zelt leute raus alles mal erfahrungspunkt jetzt natürlich bewegen die sich jetzt sieht auf den ersten blick natürlich ein bisschen gruselig aus aber das liegt daran das liegt nur daran weil es auch gruselig ist oh mein gott ich glaube ich hatte so eine gute idee war aber ich habe alles hier abgestaubt kriegt jade kann die nicht alle abwehren leider okay wir haben wir 24 27 silberschwert 17 erfährlichste sind natürlich die magier 23 aber ich hasse es wieder gefahr arbeiten nicht aktualisiert wird hier so ich habe eine idee aber ich muss mal ganz kurz das hier machen ich habe doch bestimmt irgendwo bei wasser da und dann müssen wir halt das hier machen bei wasser jetzt mal zum ersten mal ein mal was erhört die resistenz und das wird es nicht bringen da mache ich hier es nicht springen leider ich glaube nicht nach so eine gute idee war von mir gerade okay ich habe ja alle langen bogen mann da hat mir mal wieder so gierig ist aber ich will gierig sein jetzt nicht um den magier werden dann wird hier viel einfacher wenn ich lindert da könnte ich mich voll um die kümmern eine magie erreicht mich nicht jetzt musst du so viel schaden machen okay wer trifft mich ja alles nehmen wir noch in langen und silberbögen alle langen büge ich kann kotzen aber bei nachdenken kurz 22 mal zwei sehen wir das 14 das ist 15 mal 2 aber das ist die einzige strategie die wir gerade machen können zur alten strategie der zeug zum bei wasser 14 immer allem ist ja mehr resistenz oder seite weil sie sind nicht weg normaler einzeln mein gott von sie mir aber mal so stark naja ich hätte sie doch lieber hier waren ich habe nur fehler gemacht mein gott voll einfach hier eigentlich wieder die situation die situation kann sich hier kann man und ja hier müssen wir weg dann eine frage ist jetzt wir gehen alle nach unten eine runde gehen war okay das ist eine übel schwierige situation in dem ich mich hier selber eingefangen habe aber dass sie erfahrungsreichste version von daher machen wir jetzt so mega gespräch da wird ja ok das problem ist der magier wird mich aber wahrscheinlich treffen bei magia durieren wälder und so der wort da keine fliegenden einheiten oder so rauskommen mehr dafür ja noch schlimmer gewesen so weit haben wir ja auch 100 bei 36 und 27 aber ignoriert hat ich packe sie hier ein sie wird von nichts getroffen dann haben wir die situation erlegt so wenn wir jetzt hier alle runter gehen auf brutsche und was machst du denn dann noch da oben damit wenn man da oben hin man muss ihn beschützen so 17 schaden und dann mal betrifft mich dann noch hier oder du triffst mich hier okay natürlich gab der magier als erst dann kann ja jona k sie macht hier alles kaputt im guten sind also ich mag alles kaputt im sinne von meine strategie geht flöten sondern sie macht ihr alles kaputt im sinne von sie macht altblatt schön wesentlich eine situation sie erledigt an ihn komme ich da ja nicht ran aber es ist eine menge schaden nicht der mache warum nicht auf eti damit sie nicht kontern kann ich finde übrigens gut hat der magier da schön auf dem weg gegangen ist das ist zum guter an der koop schlag trifft immer so zu 80 prozent nicht weil ich davon halten soll mehr fragen umgang mit waffen sag ich nicht nein das problem ist lind ist jetzt aber da aber den dürfte wie eigentlich auch nicht erreichen also in der menge gegner ok war doch mal hier ich finde das zum kotzen hat jetzt gerade die beiden getrennt sind wen habe ich ja anvisiert dich so damit blöden langen bogen langen bögen blöden langen bogen 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 ich meine ich muss mit ihr hier bleiben geht nicht anders aber wie sie aber nicht gegner killen kann mir aber mache ich ja im moment man wenn er jetzt hier ok neuer plan und zwar ich muss eigentlich nur in erledigen muss der andere mage der ist hier da ist noch einer verdammt hm 22 8 ich möchte mal ausprobieren du gehst mit einem langen bogen auf sie los ist perfekt da bist du der einzige der auf sie losgehen kann ich glaube nicht dass hier wird hier mit den beiden noch niemand was habe ich hier gemacht hat es auch voll dumm wenn ich die beiden magier werden dann wäre die situation viel einfacher ich sag's euch ist nur wegen den magiern du musst jetzt ja noch ein bisschen fahren man trifft mich überhaupt nicht da war noch irgendwo ein magier ne 2 aber die treffe mich nicht in dem zug ich glaube der rechnet immer noch irgendwie ihren angriff eine aber kann ja noch mal einsetzen wir müssen umfährt ich glaube ja nicht ne irgendwas sagt mir ich muss die machte einschicken sie kann sogar öfter einsetzen da ist natürlich nicht so toll aber ist okay akku abschlag ist noch okay glaube ich ja natürlich kackt hat sie das bärbe als einsetzen kann die machen mich hier durch die korpsschläge kaputt gibt es nicht alter ja auch durch mich durch die blöden korpsschläge von allen sachen länge aber macht den platt oh mein gott der jetzt nicht recht die machen mich mit den korpsschläge kaputt von all den sachen nämlich hier getötet werden kann noch mehr ausweichen hat nichts bringt weil ich glaube dass immer auf 80 war es aber mit den gegnern schon wieder erst nachdem die mich angegriffen haben dann habe ich voll vergessen die kommen jetzt auch wenn da ja du kannst mich nicht treffen der korps schlags was mich hier umbringen wird natürlich bist du ein das gibt es jetzt nicht mal da hat man wohl immer trifft mich von hier aus okay eine sorge klappt noch hier sondern niemand ist nach oben gegangen man ja wird gut oder schlechtes ich habe alle langen bögen er hat gibt es nicht ihr macht 17 und drei dann immer was oh gott ich weiß nicht ob er gut ausgehen wird geht eine mit mich treffen aber das soll ich machen es ist immer ausreichbar verteilung aber die man ist geschadene okay das heißt ein bisschen gruselig hier aber wenn ich glück habe auf ihn los mein gott ich mache mir viel komplizierter eigentlich sein muss aber egal ein gott wenn die nicht da werden kann denn schon wieder ihren links einsetzen aber man ehrlich aber bitte krit nur kipps dann oder ein problem gelöst okay entschuldige war es warum kommt doppelst du auf einmal 8 prozent treffer schon ich habe gerade gesehen ob ihn die angegriffen hat oh mein gott hätte hätte sterben können ja ha ha ein schaden nicht zum lachen ich hoffe ich habe mich für andere leute eingeloggt ja kann ich konnte dann aber ich wollte auf den anderen losgehen wenn wir erfahrungsmotiv bekommen wie viel level natürlich als ignorieren aber ich habe es vergessen und einige haben es wieder aufgeteilt es würde einfrieren man so silberschwer 23 27 24 boom der magier ist nach oben gegangen jawohl du bist niemanden erledigen na probleme jetzt jona kreis jetzt da oben gefangen sie kommt da nicht raus wenn ich sie da im platzieren der verteidigung 17 sehr ein halbwegs sicher du machst keinen schaden ich glaube sie sogar dann sicher ich darf mal meister abverhaltung ja so ja ich mache mal fertig ich habe das gefühl du bist am gefährlichsten ja ich werde kämpfer so ich hoffe frauen überlebt hat soll ich gerne dich mal ja aber man ist sie schon ein reichweite mit dem mist wissen sagt mir das spiel mal vorher wann dieser angriff kommt kannst du mal auf ihn losgehen damit da jetzt hier schwächste situation finde ich gerade wenn wir mit ihr hier reingehen dann wird das schon klappen ich müsste vielleicht mit meiner laufkarte ja auch mal kurz reingehen aber selbst er hat hier gerade probleme zwei schaden sagt okay ich mach mal den hier natürlich treffst ne ist jetzt ganz wichtig danke wir gehen alle auf sie los ne und er macht alle wenig schaden nehmen wir es jetzt schon ich kann nicht retten ich könnte den beiden erlebt dazu war mit ein schlag okay machst du 17 schaden ich glaube nicht ne ne was soll ich noch den er aber es sind sicherheit dann ehrlich das stimmt ja man hat so okay klappt die nacht wird natürlich wieder getroffen aber sieht es aus der reichweite es war muss jetzt hier ein bisschen auf verdammt wie wirte auch mein gott von allen sachen das funktionierte nicht ihn habe ich natürlich wieder als erstes hier bewegte er hätte erledigen können okay es kurz 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 gut jetzt muss ich den ganzen zukehren und eifel war natürlich der erste bin ich hier bewegt habe ist klar entschuldige wieso tust du mich mit den elfen licht doppeln weil ich mein verdammtes ding sie ausgerüstet hat deswegen mein blöden ding sie aus ist habe deswegen lang schwer du mich aus irgendein grund damit hier voller ledig ist natürlich da wird mich damit immer noch weit der ein moment war wie kann es sein selbst butcherung wird nicht gedoppelt wieso wissen denn so langsam hat dann gehen weg da da kann ich nicht mit dings hier weg pusten weil ich weiß nicht dass von allen sachen genau das irgendwie nicht gereicht hat so machen wir es mal situationen die möglich sind da warte mal braucht sie so viel heilung 27 27 23 sind gar kein schaden auch gar nicht gehalten werden also da muss ich ja treffen ich habe nicht da ich noch mal so viel glück hat mit juna karte sie ja nicht getroffen wird sie wird auch die ganze zeit eingefroren ich komme gar nicht weg davon glaube ich da ich noch mal so viel glück habe sie wird definitiv frecken weil man sich irgendwie niemand hier auf am konzentrieren ich bin auch blöde ich hätte eigentlich in einem leben lassen können dann werden alle auf frauen losgegangen haha und ich dich hoch heilen in seiner reichweite 27 schaden so wie habe ich das gemacht hier noch mal ich habe gar nichts gemacht ich habe den ihr das reichweite platzierten ich werde nie im leben jonaka wird neben nebenüber leben aber schauen was passiert weil wegen diesen blöden angeht die ganze zeit ja jetzt haben alle genau genauso viel ap um sie zu töten da ist vielleicht nicht schlecht es hat sie es blockiert er nämlich die verstärkung er hat jetzt die verstärkung blockiert ich habe noch mal auf damit wie viel hat der von noch es hat auch noch jetzt geht sie jetzt hier die ganze zeit eine und sie ich komme mit ihr nicht da weg ich glaube ich bin jetzt hier überall gerade in schwierigkeiten da oben rechts sind butscher und langsam verhalten ich glaube ich hatte ihn erleben kann da kommt noch ein magier natürlich reicht auch nicht seit wann ist er so langsam toll überlebt er nicht also was ich machen kann es hier oh mein gott gibt es jetzt nicht weil er getroffen wurde er kommt da nicht er kommt da nicht weg natürlich kommt der andere mag jetzt auch noch auf den lote ich kann da jetzt nicht raus das gibt es jetzt nicht mal er war trotzdem nicht aber was dann wird er trotzdem getroffen oh mein gott ich glaube ich muss ja etwas weiter zurückgehen und hier echt noch mal zurückgehen zu dem punkt bevor wir lin getriggert haben ich glaube irgendwie ist alles dem bachuntergang danach will einfrieren hast du immer du hast immer noch alt wieder hat immer noch zwei einfrieren ich glaube ich muss ja echt zurück gehen wir haben sind butchern und mein gott da muss ich eben noch mal zurück weiter kann ich gar nicht wo sind wir jetzt hier okay einfach bevor wir noch hin getriggert haben die frage ist jetzt bleibe ich jetzt hier mit ihr oder wenn ich sie daraus bewege dann ist sie gefangen ich muss sie da drin behalten und die beiden müssen wir weg der kritik der macht die ganze assistenz schläge naja ich muss ja dann behalten sehr mit proger tipp die anseite hoch ein na ja da leichter magier kommen ist du da rechts ganz schön I got a ja okay niemand ist für dieses debakel verantwortlich außer ich weiß ok die tatsache dass sie die ganze zeit von dem blöden angefangen getroffen hat er mal kann auch mit 80 prozent annehmen kollege ich muss ja drin weil sie haben sich erst mal die ganzen tipps hier einsetzen was hat sich jetzt da was ich wieder machen kann meine güte ich werde ich jetzt hier angegriffen oh mein gott sie ist mal ausgeglichen ich muss so oder so drin bleiben da kann sie ein bisschen ausweichen ich habe schon der nächste geht naja sind assistenz angriffen ok seit 1 2 3 ich weiß nicht ob irgendwie auf screen irgendwie wenn ich die phase überspringen ob die auch dann sterben können oder so das muss ich machen da können wir den bitte erledigen mit den ich die ganze zeit seines macht eine assistenz angeblich so kurz davor aber ja aber ihr beiden müssen rechts bringt ja nichts mehr auf der seite dann muss ich wieder das hier machen ja wir machen mal in langsprecher und ein bündnis mit war ich dann hier jetzt irgendwie anders abgelaufen hier hat es mal ja nein und dann so viel kontaktation kann ich reden okay was ja so 21 13 13 über einen von den erledigen so entschuldige was o magie plus ok kann ja nur als schieflaufen ja hat gar nicht so gut wie er tot gewesen sie kann immer noch sterben es kommt ja gleich mit seinen assistenz schlägen und dann ist sie weg wir alle vor an die situation nicht wie schwäger da muss ich auch noch pinkeln auch kein assistenz angriff ironische ist die situation da oben wo lin ist also der boss die geht irgendwie am leichtesten gerade habe ich sorge für da kommen wir keine arzt zu entschläge so wie es leicht nach 19 sie ist aber 19 manche geschicklichkeit glück noch mehr ausweichen und die magier sind alle da wechsel ich gerade er ist weg man hat aber kein unterschied jetzt sind sowieso erledigt das ist jetzt schon wieder passiert wieso dreimal 48 wegen ihrem blöden ich bin davon erzeugt müde rat warum john yunaka von allen leuten ist egal man war die lager kann sich bewegen weitergehen muss ja ganz kapitel aber neu starten aber wenn ich sie da wieder platzieren wird sie gleich wieder von dem blöden stab getroffen dann kann sie wieder nicht ausweichen man sie wird gleich ist sowieso wieder von dem stab getroffen ne pass auf dreck man ich musste die ganzen gegner haben seit mann die die und mal mit den langen silberbogen weil schon wenn sie gleich wieder von dem blöden links getroffen werden von dem blöden stadt gott gekriegt ja das hat letztens die situation einfach gemacht ob sie ist tot oh mein gott ich möchte echt nicht mehr aus der situation raus da trifft mich nicht mit dem stab trifft mich nicht mit dem stapel oh mein gott gibt es jetzt nicht heißt mich bei den restlichen sogar noch angucken ja okay ist gut ich bin davon hat das müde gerade ich komme nicht mal raus soweit wirklich zurück ja hey dieser blöde weiser wie viele gegner mich ja treffen können in diesem blöden stadt ruiniert mir alles das hat einfach nicht aber jetzt bin ich soweit zurück wegen den zwei magiern ist meine gesamte strategie einmal ok 39 sich gerade ja 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 ich ja ich glaube da wollte ich nicht machen alle damit jetzt wird sie getroffen das gibt es nicht ausweichen 57 es sei jetzt auch egal man das hat mich du lock ihn an da gibt es zwei an die satzung der resistenz von 14 sagt gar nix und sehen uns doch nicht mal schaden wir haben genauso viel reichweite ja dann Okay. Das bringt aber nichts mehr. Naja. Dann auch meine Magie. Alter, was ist das? Erlittener Schaden wird habiert. Ja, ich sehe es. 3 Schaden. Alter, was ist ja los? Ich komme nicht weiter. Jetzt muss ich mir ganz hier anschauen. Ich raten, Junaka. Mein Gott, sie ist sogar ausgewichen. Das gibt es jetzt nicht. Ich habe gleich keine Ladungen mehr. Ach. Wie viele Kinder sind wir? Ich habe auch gesagt, dass jetzt da. Ich krieg von denen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann diese. Ich glaube, ich muss das Kapitel echt nochmal neu spielen. So geht das nicht. Dann sehe ich euch, wenn ich hier wieder so ungefähr an dem gleichen Punkt bin mit allen Leuten. Was? Nein. Ich erfahrungsbehalten und... Na gut, haben wir es gleich. Wiezt ist es? Wie ist es denn?